Moin Leute, Trimax hier. Wir reagieren auf die Doku Putins Bären. Alle, die ganze Chatzeige muss drauf reagieren. Geht zwar saulange, aber soll unglaublich geil sein. Kranke Doku, sehr gute Doku. Ich dachte wirklich, im ersten Moment dachte ich, es geht um echte Bären. Aber es geht hier anscheinend um eine Hackergruppe. ...griff auf den Bundestag, bemüht sich die Verwaltung des Parlaments um Aufklärung. Wie kann das eigentlich sein? Hacker schaffen sich Informationen und beeinflussen dann eine Wahl. And Mexico will pay for the wall. Und alle dachten, was passiert jetzt? Da könnte was kommen. Krass. So ein Simplicissimus, ne? Ich frag's jetzt hier nochmal. Weiß das jemand? Haben die Stellung dazu genommen? Ist das jedes Mal jemand, der das per Hand animiert, diese Dinger? Oder ist das mit AI gemacht? Oder ist das ein Mix? Ist alles per Hand? Ich find diesen Stil unglaublich geil. Ich find das richtig, richtig geil. Und da kommt genau das gleiche wie in den USA. Da hinten. Fiora Uno. Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, war meine Überraschung eher, dass die Deutschen nicht gemerkt haben. Prolog. Die Bären. Es waren ein Mal. Also wenn es ein Prolog gibt, dann ist die Doku ernst. Es waren mal fünf Bären. Die lebten alle in Russland. Sie waren alle ganz unterschiedlich in den Dingen, die sie mochten und taten. Doch eine Gemeinsamkeit hatten sie. Sie waren alle ganz schön gefährlich. Da war der schicke Bär, elegant, gewandt und hinterlistig. Der faule Bär, der es sich gerne in den Heimen anderer bequem machte, um dort auf sie zu warten. Der Berserkerbär. Hat ein bisschen was von Happy Tree Friends. Kennt ihr das noch? Der sich sehr für Energie in all ihren Formen interessierte. Und was man mit ihr anstellen kann. Ich denke, es werden erstmal die fünf Häuser vorgestellt. Was passiert jetzt? Eine komplette achtteilige Staffel Game of Thrones mäßig in Russland. Der Voodoo-Bär, der eine ganze Palette an dunklen Künsten beherrschte. Und nicht zuletzt der giftige Bär, mit dem wirklich nicht zu spaßen war. Sie alle waren unerschrockene Kämpfer. Gemeine Kreaturen, die die Welt in Angst und Schrecken versetzten. Selbst in den entferntesten Ländern kannte und fürchtete man sie. Noch eines haben all diese Bären gemeinsam. Sie sind Metaphern. Spitznamen. Für Spezialeinheiten russischer Geheimdienste. Alter, wie spannend gerade. Boah, herrlich, Romatra war so schnell einkaufen. Ich habe hier zwei Roggenbrötchen, einen Metthaler, Ceranos Schinken und ein bisschen Trüffelsalami. Und dazu die gute Meckle Streichzart. Das ist ja mal ein Ding. Das ist das Paradies. Die beste Simplicissimus-Doku aller Zeiten. Und ich habe ein fucking Roggen-Mettbrötchen in der Hand. Das ist ja wohl ein Traum. Das ist das Leben, Alter. Das ist krass. Das ist so viel besser gerade, Romatra, die Duo-Action, die wir hier machen, als bei Seven Mrs. Wild. Das ist so viel entspannter, als zehn Tage an diesem Sumpfstrand zu chillen ohne Essen. Kapitel 1. Die E-Mail. Diese Geschichte beginnt mit diesem Strich über dem E. Und mit Claudia Heidt. Sie arbeitet damals in Berlin. Als Mitarbeiterin einer Abgeordneten im Bundestag. Ja, mein Büro ist unter den Linden 50. Es hört sich schön an. Vor meinem Fenster sind allerdings Birken und keine Linden. Aber es ist eigentlich ein sehr schönes Büro in der Nähe des Bundestages. Von meinem Büro aus blicke ich mitten in einen schönen Innenhof, auf dem sowohl schöne Birken sind, als auch ein Kunstwerk, das eine Sonne mit einem Sonnenstrahl symbolisiert. Es ist der 8. Mai 2015. Ein warmer Freitag im Frühling. Das Wochenende steht vor der Tür. Ja, ich versuche eine E-Mail zu schreiben an René. Wir müssen zusammen den Ausschuss vorbereiten. Ja, wie ein Juck, dass es im Innenhof Birken sind. Das check ich nicht. Ich schreibe ihm und stelle fest, ich kann das AXOR Degue über René nicht setzen. Und da es ihm aber sehr wichtig ist, schreibe ich nicht einfach weiter, sondern versuche erstmal herauszufinden, Wörth schließen, öffnen, ändert sich nichts. René hat immer noch keinen AXOR über seinem E. Ich lasse den Computer runterfahren, wieder hochfahren. René hat immer noch keinen AXOR über dem E. In dem Moment brauche ich Hilfe. Der Bundestag hat eine eigene interne Service-Hotline für solche Fälle. Die 1-1... Ein AXOR im deutschen Namen, so. In Frankreich ist es ja gang und gäbe, überall AXOR noch raufzuklatschen. Aber im Deutschen sehr stressig. Sehr stressig, René. Muss ich sagen. Das würde mich... Wenn ich erst einen René kennen würde und ich muss jedes Mal das Ding dazu setzen, würde mich sehr, sehr nerven. Mein Bruder hat seinen Ausweis nicht bekommen. Mein Bruder hat seinen neuen Ausweis nicht bekommen, wenn ich das noch richtig drin habe. Er heißt Nikolas André Rolf. Und auf dem E ist, glaube ich, auch ein AXOR Degue. Und das hat... Der neue Pass hat beantragt und das wurde vergessen. Und dann hat er ihn nicht bekommen. Und dann wussten, glaube ich, meine Eltern noch nicht mal mehr, ob da ein AXOR war oder nicht und muss dann in der Geburtsurkunde schauen. Mein Bruder hat einfach einen AXOR in seinem Scheißnamen, Alter. Das ist so eine Kacke. Rolf hat doch kein E. Sehr gut. Auf Rolf. Ich rufe an, bitte um Unterstützung. Ich bekomme den freundlichen Hinweis, ich könnte den Computer hoch und runter fahren. Mein Hinweis habe ich schon gemacht. Ich versuche darauf hinzuweisen, ich vermute, dass ein Trojaner drauf, wenn die Tastaturbelegung ohne irgendeinen äußeren Anlass sich plötzlich verändert, muss etwas passiert sein. Ich wurde dann beruhigt. Alter, die Smart. Nein, nein, sie können ja auch über die Sonderzeichen ein AXOR über das E setzen. Das war der Moment, da habe ich das Gespräch einfach abgebrochen. Damals wusste ich natürlich noch nicht, wie ernst die Lage wirklich ist. Die weißen AXOR fehlt und da ist ein Trojaner drauf. Die ist krass. Was ist? Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich so sicher war, dass da wirklich ein Trojaner drauf war. Sie sagt das einfach so im Nachhinein. Ich habe sofort gewusst, dass die Russen kommen. Genau, so wie Hauke. Der hätte im Nachhinein auch sagen können, ja, das sind die Russen, die hier jetzt gackt haben. Ist gut. Auf Claudias Computer ist tatsächlich ein Trojaner. Sie wurde gehackt. Doch nicht nur ihr Computer ist infiziert. Während sie mit der 117 telefoniert, befinden sich Hacker bereits tief in den Systemen des Bundestags. Sie arbeiten im Auftrag des russischen Militärgeheimdienstes GRU. Putins Bären toben sich so richtig aus. Im Netzwerk der politischen Macht in Deutschland. Das alles weiß Claudia Heidt an diesem Freitag noch nicht. Damals bin ich einfach nur genervt. Acht Tage zuvor, am 30. April 2015, haben zahlreiche Abgeordnete und ihre Mitarbeiter eine E-Mail erhalten. Diese E-Mail sah so aus, als würde sie von den Vereinten Nationen kommen, von der UN. Und im Betreff stand was über die Ukraine und die Wirtschaftssituation in der Ukraine. Und das war ja damals 2015, ein Jahr nach der Annexion der Krim und sozusagen dem ersten Einmarsch Russlands in die Ukraine. Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. The Russian invasion of Ukraine. Die Situation in der Ukraine war damals schon ein sehr heißes politisches Thema. Dazu musste man auf dem Laufenden bleiben. Und wenn dann augenscheinlich die Vereinten Nationen etwas rumschicken, Claudia Heidt und viele andere klicken drauf. Und in dem Moment installiert sich eine Schadsoftware. Ganz heimlich, also man sieht das nicht. Das taucht dann einfach in ihrem Computer auf. Und damit sind die Hacker dann auf ihrem Rechner und nicht nur auf ihrem Rechner, sie sind im Bundestagssystem. Und die wollen sich Administratorenrechte geben. Administratorenrechte bedeutet, du hast Schlüssel, um jede Tür zu öffnen. Also sie können sich dann Zugänge geben zu Bereichen, die sie sonst nicht reinkommen würden. Und das schaffen sie. Und so durchdringen sie quasi das gesamte IT-System des Bundestages. Es war ein sehr smarter Angesetz. Die gehen dann von einem Computer zum nächsten und schauen sich an, wo sind vielleicht interessante Sachen auf dem Rechner und in den E-Mails. Und sie dringen auch vor auf zwei Computer in einem... Genauso ist das auch passiert in Clash of Clans, als ich Romatra reingelassen habe in den Clan und habe ihn zum Vizeanführer gemacht. Danach war es vorbei. Bundestagsbüro der CDU. Und das ist ein ganz besonderes Büro. Im Abgeordnetenbüro von Angela Merkel. Florian Flade und Hakan Tanreverde sind Investigativjournalisten. Florian Flade. Finde ich schon... Finde ich sympathisch den Namen. Finde ich sehr gut. Bleib direkt drin. Vergesse ich nie wieder. Florian Flade ist krass. Sie haben einen Podcast zu diesem Vorfall produziert. Der Mann in Merkels Rechner. Beide beschäftigen sich seit etlichen Jahren mit Cybersecurity. Der Bundestagshack ist einer der schwerwiegendsten Cyberangriffe in der Geschichte dieses Landes. Nach dem Hackerangriff auf den Bundestag... Es ist wirklich ein super GAU. Er wird harte Konsequenzen nach sich ziehen. Eine internationale Spurensuche. Und schließlich bis dahin undenkbare Haftbefehle. Aber im Bundestag selbst bemerkt man ihn ziemlich lange überhaupt nicht. Zurück zu Claudias Telefonat mit der 117 am Freitagnachmittag. In meiner Verzweiflung über das erste Gespräch mache ich jetzt das, was ich sonst auch immer mache bei Outlines. Ich rufe einfach nochmal an und hoffe, ich finde einen Gesprächspartner, der ein bisschen mehr versteht, worin das Problem liegt. Der zweiten Person sage ich dann meinen Verdacht. Ich glaube, es ist ein Trojaner eher drauf. Und diese Person hat das aber überhaupt nicht ernst genommen. Ich war sauer und dann war es aber auch so, dass ich dann beschlossen habe, okay, wir sind Freitagnachmittag alle Feierabend machen. Ich will so nicht weiterarbeiten mit diesem Rechner. Ich fahre den runter und gehe nach Hause. Simon hat einfach auch Feierabend. Da hat sie sich aber auch die letzten sieben Jahre jeden Freitag um 12 Uhr gedacht. Ja, ja. Treffen sich zwei, wir haben sie auf dem Flur, sagt deinem Mann, dann kannst du auch nicht schlafen. Mann, ey. Das Wochenende verstreicht. Am Montagmorgen lockt sich ein IT-Mitarbeiter remote auf Claudias PC ein. Er installiert Word neu. Das bringt natürlich nichts. Montagnachmittag kommt endlich ein Mitarbeiter persönlich vorbei. Das ist doch geil, oder? Du wirst von der größten Hackergruppe der Welt angegriffen und dann kommt ein Mitarbeiter und installiert remote Word neu. Der Mitarbeiter bringt Claudia einen neuen Rechner und zieht leider alle alten Daten auf die neue Maschine, inklusive der Schadsoftware. So erinnert sich zumindest Claudia. Mittlerweile sind die Hacker seit mindestens zwei Wochen im System. Und noch immer ahnt fast niemand, dass es sich um einen Hack handeln könnte. Während in Berlin ein PC-Ausfall noch als kleine IT-Panne behandelt wird, fällt einer Sicherheitsfirma in Großbritannien etwas auf. Sie beobachtet seit einer ganzen Weile einen verdächtigen Server im Ausland. Von dem aus werden immer wieder Hackerangriffe gesteuert. Und dieser Server steht jetzt in Kontakt zu Servern des Bundestags. Der Verfassungsschutz gibt die Warnung einen Tag später an die Geheimschutzstelle des Bundestags und das BSI in Bonn weiter. Die deutsche Bürokratie macht ihr Ding und es dauert nur sportliche drei Tage, bis die Warnung ankommt. Dann fällt der Groschen und das BSI schickt umgehend ein Spezialteam nach Berlin. Und deren Job ist es, durch die, das nennt sich Logs, zu gehen. Logs sind automatische Aktivitätenprotokolle, die Computer und Netzwerke in der Regel anfertigen. Wer was wann gemacht hat, welches Programm wie ausgeführt wird, solche Sachen. Und dann schauen die, können wir anhand dieser protokollierten Daten sehen, A, ist es wirklich ein größerer Vorfall? B, wenn ja, was hatten die Hacker vor? C, vorhin ist das aufgefallen und dann drei Tage später kommen die Beamten. Das ist so geil, ne? Sind sie noch in den Netzwerken, ja oder nein? A, yes, auf jeden Fall. B, nicht ganz klar, aber augenscheinlich klauen sie Daten. C, oh ja, ganz tief drin. Das Spezialteam des BSI zieht umgehend Konsequenzen und fährt das gesamte Netzwerk herunter. Und das wirkt ein bisschen so, als hätte man da einfach den Stecker gezogen. Und dann fuhr auch schon der Computer wie mit Geisterhand runter. Ich hab so das Gefühl, gleich geht auch noch das Licht aus. Am gleichen Tag berichtet der Spiegel als erstes Medium über den Cyberangriff. Viele Politiker erfahren aus der Presse von diesem Angriff. Ab jetzt ist die Hölle los. Die Abgeordneten sind sauer. Niemand kann normal arbeiten, E-Mails beantworten oder Berichte lesen. Das ist so ein Moment, wo man total verzweifelt. Ich weiß nicht, was los ist. Niemand redet mit mir. Normalerweise könnte man meinen, okay, du weißt, dass da Hacker drin sind. Was ist das Problem? Schmeiß dir raus. Alles gut. So läuft es aber überhaupt nicht. Das IT-Netzwerk ist riesig und schwer zu überblicken. Stück für Stück kämpft sich das BSI-Team vorwärts, versucht zu verhindern, dass Daten geklaut werden und bringt das Netz unter ihre Kontrolle. Es dauert Wochen, das ganze System zu reinigen. Währenddessen können Abgeordnete und ihre Mitarbeiter die IT nur in Teilen nutzen. Über allem schwebt die Angst, dass die Hacker sich gerade durch die eigenen Postfächer wühlen. Vielleicht mitlesen. Vieles wird in der Not nur auf Papier festgehalten. Das klingt immer so krass, Cyberangriffe und alles, aber das ist irgendwie so voll Kacke. Auch so wie Programmieren oder sowas, so die Story hinter Facebook, als er es programmiert hat. So Coden und der ganze Scheiß und Hacken, das ist einfach alles voll der Kack, langweilige Bürojob. Aber das klingt immer so heftig. Jetzt ist es infiziert, die Cyberangriffe kommen, die Spezialeinheit rückt an. Das ist so geisteskrank ein Bürojob. Die Sicherheit des Bundestages ist damals offensichtlich völlig überfordert und wird in der Öffentlichkeit harsch kritisiert. Es ist wirklich ein Super-GAU und wir müssen mehr tun zur Erhöhung unserer IT-Sicherheit. Ehrlich gesagt fühlt man sich ganz schön beschissen, wenn man nicht weiß, was tatsächlich jetzt hier in diesem Netzwerk passiert, wer Zugriff hat, welche Daten abgeschöpft werden. Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, war meine Überraschung eher, dass die Deutschen nicht gemerkt haben. Das ist Linus Neumann. Er ist... Und Sprecher des Chaos-Computer-Clubs. Es ist natürlich lächerlich, dass das ein Vierteljahr später geschieht, als man erkannt hat, dass der Angriff stattgefunden hat. Dann kommt die rettende politische Sommerpause. Die wird genutzt, um das marode System von Grund auf neu aufzubauen. Im Trümmerfeld der Bundestags-IT beginnt auch die Suche nach den Tätern. Und die Hinweise führen von Beginn an nach Russland. Auf Claudia Heids Computer wurde unter anderem die Schadsoftware X-Tunnel installiert. X-Tunnel funktionierte wie ein tatsächlicher Tunnel. Eine permanente Verbindung, durch die die Angreifer jederzeit Zugriff auf das Netzwerk hatten. Im Code dieser Schadsoftware finden sich Hinweise auf einen Server. Dieser Server wird augenscheinlich von apt28 genutzt. Auch der damalige BSI-Präsident spricht in internen Sitzungen von dieser Abkürzung. APT28. Das kann man gelegten Dokumenten entnehmen. APT28 ist eine Hackergruppierung. Advanced Persistent Threat steht für Hacker, die sehr viel Zeit haben und gut sind. Also eine anhaltende Bedrohung. So werden besonders qualifizierte Hackergruppen genannt. Also besonders gefährliche Hackergruppen. Und die werden dann so durchnummeriert. APT28 ist eine Gruppe mutmaßlich russischen Ursprungs. Da sind sich die meisten ziemlich sicher. Die hat auch andere Namen. Die wird auch zum Beispiel Fancy Bear genannt. Fancy Bear ist dem GRU unterstellt. Das ist der russische Militärgeheimdienst. Die Gruppierung ist berüchtigt. Hier arbeiten sie. Im sogenannten Aquarium in Moskau. Man weiß nicht, wer diese Menschen sind. Man weiß nicht, wie viele es sind. Doch man weiß, dass sie besonders skrupellos vorgehen. Sie schrecken vor wirklich nichts zurück. Nicht mal vor dem Rechner der damaligen Bundeskanzlerin. Doch ausgerechnet dort findet sich eine Spur zur Identität einer dieser Hacker. Denn er macht einen folgenschweren Fehler. Also die Hacker sind irgendwann auf dem Computer im Vorzimmer von Angela Merkel im Bundestag. Also ihr Rechner, ihr E-Mail-Fach. Das ist das, was sie wollen. Die Dateien wollen sie offensichtlich. Und dann programmiert der Hacker ein Programm, das diese E-Mails ausleiten soll. Also legt er von dem Outlook-Postfach eine Kopie an und versucht, diese Kopie an einen Server zu schicken, den er kontrolliert. Und dafür haben sie ein Tool geschrieben, vsc.exe. Um die Daten auszuleiten, muss vsc.exe auf einen ganz bestimmten Dateipfad zugreifen. In diesem Dateipfad kommt das Wort Abgeordnetenbüro vor. Sein Programm kannte das Sonderzeichen Ü aber nicht. Da war so ein Fragezeichen, R-O. Und dann konnte er diesen Ordner nicht finden, weil es so einen Ordner nicht gab. Der Hacker scheitert also zunächst an der deutschen Sprache. Sauber. Und dann ist natürlich die Gefahr, dass Ü hat so abgewehrt. Und er denkt sich, vielleicht habe ich nicht so viel Zeit. Gerät vermutlich ein bisschen unter Druck und sagt dann, ich schreibe einfach das Ding nochmal. Ich sage dem Programm, dass es die deutsche Sprache ist, mit der er rechnen muss und dass da eben ein Ü vorkommt. Einen Tag später versucht er es mit dieser neuen Version von vsc.exe erneut. Und es funktioniert. Der größte Schutz gegen weltweite Hackerangriffe in diesem Moment waren die zwei Punkte über dem U. Das ist doch geisteskrank. Das Ü hat es abgewehrt erstmal. Das Ü ist MVP der deutschen Cybersecurity. Er klaut erfolgreich eine Kopie des E-Mail-Postfaches. Das ist zwar nicht Merkels Schriftverkehr aus dem Kanzleramt, aber dennoch ein unfassbarer Coup. Doch der Hacker macht einen schwerwiegenden Fehler. Vermutlich wegen des Zeitdrucks. Vielleicht ist er auch etwas nervös. Im Code seines Programms finden Ermittler später eine wichtige Information. Er vergisst den Namen seines Rechners zu löschen. Und in dem Fall steht dann drin C-Users und dann Slash und dann Scaramouche. Scaramouche ist eine Figur aus dem italienischen Theater. So was wie ein Clown oder Harlequin. Man kennt das vielleicht auch aus dem Song Bohemian Rhapsody. Das ist der Nickname dieses Hackers. Das ist sein Tarnname. Im Geheimen werden Scaramouche und seine Kollegen mit allen Mitteln gejagt. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Spionageverdachts. Angela Merkel spricht später von hybrider Kriegsführung. Doch in der Öffentlichkeit macht die Regierung nach dem Angriff erstmal keine konkreten Anschuldigungen. Damals, das muss man sich so ein bisschen ins Gedächtnis zurückrufen, war das mit dem Finger auf Verdächtige zeigen, hat einfach niemand gemacht. Heute ist es anders. Heute wird viel öfter gesagt, hey, das waren die Russen, das waren die Nordkoreaner und so weiter. Damals, no way, niemand. Das ist so kacke, so angegriffen zu werden. Früher standen sich 300 Typen mit einer Axt und 400 Leute mit einem Bogen gegenüber. Und dann wird aufeinander zugerannt und dann weißt du, wer der Feind ist und es geht los. Und dann wirst du so von komischen Untergruppierungen, Cyberangriffe geheim und alles nicht rückverfolgbar und so eine Scheiße, weißt du? Das ist doch kacke. Das ist doch voll nervig, so angegriffen zu werden. ... ist, verschwindet der Bundestagshack schnell wieder aus dem Rampenlicht. Abgasskandal. Flüchtlinge. Entsetzen und Trauer in Frankreich und weltweit. Es gibt zu der Zeit schlicht andere, dringendere Themen. Die Hacker haben also E-Mails aus dem Büro der Kanzlerin gestohlen. Insgesamt sind aus dem Bundestagsnetz mutmaßlich rund 16 Gigabyte an Daten abgeflossen. Genau weiß man es bis heute nicht. 16 Gigabyte. Wirkt erstmal nicht nach besonders viel, oder? Ein alter USB-Stick. Ich glaube, 16 Gigabyte sind sehr viel, wenn man bedenkt, vielleicht sind es einfach nur E-Mail-Dateien und dann nicht besonders große. Dann ist 16 Gigabyte durchaus eine Menge. Wie viele E-Mails könnten 16 Gigabyte an sein? Äh, müsste ich rechnen und selbst, ich bin nicht so gut im Kopf rechnen, also sehr viele, wenn es hilft. Doch vielleicht war das ja auch alles halb so wild. Etwas Spionage gibt's immer. Tagesgeschäft. Das sind zwar diese abgeflossenen Daten, aber hey, was könnte man damit schon anstellen? Dann kommen die US-Präsidentschaftswahlen 2016. Putins Bären demonstrieren, zu was sie wirklich fähig sind. The Clinton-Campaign won't confirm or deny the veracity of any of the E-Mails posted by WikiLeaks. Welche Grenzen sie bereit sind zu überschreiten. Wie viel Schaden man mit ein paar Gigabyte anrichten kann. Das ist, finde ich, auch eine krasse Scheiße. Auch so WikiLeaks-mäßig oder so. Nehmen wir an, du hackst dich irgendwo rein und findest was gegen Hillary Clinton. War ja so. Er hat was gefunden, was gegen Hillary Clinton. Da wird gesagt, das ist deswegen, warum sie wahrscheinlich die Wahl verloren hat. Weil Trump konnte den ganzen Wahlkampf darauf aufbauen und damit ultra Hillary Clinton wegbashen. Nehmen wir an, du hackst oder du findest Leaks und hast es dann. Entweder veröffentlichst du es und dadurch gewinnt Trump wegen dir wahrscheinlich die Wahl. Was ist das für eine Scheiße? Das will ja auch keiner freiwillig. Oder du verheimlichst es. Ja, und dann kommt es nicht an die Öffentlichkeit, was du rausgehackt hast. Das ist so oder so verkackt, ne? Wenn du schäbige Informationen über Hillary Clinton rausfährst, hast du so oder so verkackt. Dann hilfst du entweder Hillary Clinton oder Trump. Das ist krank. Das ist doch so eine Scheiße. Das ist die Qual der Wahl komplett. Clinton viel schlimmer als Trump. Ja, nee, darum geht es jetzt nicht. Aber wisst ihr, was ich meine? Sobald du einmal die Informationen rausgefunden hast, musst du dich quasi für eine Seite entscheiden. Kapitel 2 Die Orange Die US-Wahlen im Jahr 2016 haben das Land nachhaltig verändert. Populismus gab es natürlich schon vorher. Die Republikanische Partei hatte bereits seit Jahren einen hart rechten Flügel. Doch alles ändert sich, als Donald Trump Mitte 2015 als Präsidentschaftskandidat antritt. Anfangs nimmt ihn erstmal niemand ernst. Ich hatte den Eindruck, sie halten gar nicht viel von europäischen Werten. Ein großer europäischer Wert ist sicher die Mutterliebe. Aber weil er so anders ist, so ungehemmt, weil er so viele unsagbare Dinge einfach sagt, stürzen sich die Medien auf ihn. ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He is the founder of ISIS. Ein ungeheures Statement nach dem anderen. I don't know what I said. I don't remember. Lange Diskussionen, was ist denn über das Land Aussage, wenn dieser Mann mit sowas so erfolgreich Wahlkampf macht. Und Anfang 2000... Sagt nicht immer über das Land aus. Ich finde, er sagt das über die ganze Menschheit aus. Wenn das der mächtigste Mann des Planeten Erde ist, dann hat die Menschheit auch richtig reingeschissen, ehrlich gesagt, finde ich. Richtig reingeschissen. In 2016 ist er plötzlich kein Außenseiter mehr, sondern der Favorit in der republikanischen Partei. Im Rennen gegen die... Der wird jetzt gerade sogar wiedergewählt. Ja, dieses Jahr sind Wahlen. Digga, weil Biden auch einfach irgendwie 96 ist. Das ist doch was. Wie geht das? Wie geht das? Man schläft halt einfach ein. Hast du die Videos gesehen von so anderen Leuten? Ja, wir haben ja Biden-Kompilation gesehen. Das ist krass. Der schläft einfach ein. Der kann nicht mehr. Der ist fertig. Der hat fertig gelebt. Selbst wenn der gewinnt, wie soll der vier Jahre regieren? Dann ist der 101. Warum denn? Als ob es in ganz Amerika keine kompetentere Person gibt als die beiden. Die Demokratin Hillary Clinton. Auf der anderen Seite der Erde, im Kreml. Wladimir Putin verfolgt das Geschehen. Er mag Hillary Clinton nicht. Die beiden haben eine Vorgeschichte. 2011 war sie die Außenministerin der USA. In Russland fanden in dem Jahr Wahlen statt. Im Anschluss verkündete Clinton, dass sie möglicherweise manipuliert waren. Es gab große Proteste im Land wegen der möglichen Wahlmanipulation. Putin behauptete daraufhin, die USA hätten diese Proteste angezettelt. Er hat Clinton nie für die öffentlichen Angriffe vergeben. Sie war außenpolitisch jahrelang seine härteste Gegnerin. Nur am Rande, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wird später feststellen, dass die 2011er Wahlen in Russland tatsächlich manipuliert waren. Putin drückt im Kreml eher Clintons Gegner die Daumen. Dem lauten Milliardär. Trump hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder positiv zu Putin geäußert. Trump empfindet Putin als starken Herrscher und als jemanden, mit dem er als potenzieller Präsident gut klarkommen würde. Also spricht Putin mit seinen drei Geheimdiensten und trifft eine Entscheidung. Am 19. März 2016 erhält John Podesta eine E-Mail. John Podesta ist der Wahlkampfmanager von Hillary Clinton. Die E-Mail sieht so aus wie eine Google-Sicherheitswarnung. Sie wurden gehackt, Sie müssen sofort Ihr Passwort ändern, klicken Sie hier, sinngemäß. Dr. Kerstin Zettel-Schabbat forscht an der Universität Heidelberg zu... Das haben ja alle für krasse Namen. Dr. Kerstin Zettel-Schabbat? Das klingt doch wie Gamertag oder nicht. Die fängen sich alle ihre Namen aus, oder? ... um Cyberkonflikten. John Podesta ist ein relativ erfahrener Mann in Sicherheitskreisen in DC. Der ist schon lange im Business und ist deshalb so schlau und fragt einen DNC-IT-Staff. Der fragt diesen Mitarbeiter, ob das eine legitime E-Mail ist und erhält blöderweise als Antwort, das ist eine legitime E-Mail, obwohl der Mitarbeiter eigentlich schreiben wollte, das ist eine illegitime E-Mail. Ein Tippfehler mit brutalen Konsequenzen. John Podesta denkt, naja, dann kommt die E-Mail wohl tatsächlich von Google. Also klickt er auf den Link und kommt auf diese gefälschte Seite. Dort gibt er sein Passwort ein. Und dann sind die Hacker im System der Demokratischen Partei. Digga, die müssen doch lachen. Die haben doch einen Lachkampf bekommen, die haben ja gar nicht, dass das funktioniert. Das ist wirklich auch in Deutschland so, oder? Die schicken eine Mail mit Titel United Nations, mit nur einem Link in der Mail und die Leute klicken drauf. Das kannst du doch keinem erzählen, oder? Also die sind ja so, das macht mich auch ein bisschen sauer, weil das sind die Leute, die halt für unsere Sicherheit da sind eigentlich. Ja, ja. Die haben auch einen afrikanischen Prinz 10.000 überwiesen, Steuergelder. Interne Kommunikation, auf die E-Mails, auf nahezu alles, was den Wahlkampf betrifft. Die Hacker sind alte Bekannte. Mitglieder von Fancy Bear. Sie stehlen 50.000 E-Mails von Podesta. Diese Methode nennt man allgemein Phishing. Phishing bezeichnet die hohe Kunst, einen Menschen an seinem Computer dazu zu bringen, etwas zu tun, was der Mensch nicht tun sollte. Im Zweifelsfall irgendwas, was eine Sicherheitsannahme umgeht. Irgendwo sein Passwort eingeben, irgendwo eine Software runterladen und ausführen. All das ist so der Bereich des Social Engineering, zu dem man immer dann greift als Angreifer, wenn, naja, die technischen Hürden auf jeden Fall im Weg sind. Der Begriff kommt vom Angeln, weil man das Opfer ködert. In Podestas Fall sind die E-Mails sehr genau auf ein bestimmtes Ziel zugeschnitten. Das nennt man dann Spearfishing. Spearfischen. Mit der gleichen Methode greifen die Hacker 300 weitere Mitarbeiter von Clintons Kampagne an. Es ist unklar, wie oft sie erfolgreich sind. Anfang April angelt Fancy Bear dann beim Demo-Credit-Comp. Mein Prostop hat sich jetzt aber gar nicht ändert. Naja, egal. Egal, wird schon richtig sein. Vier Jahre später kommt der Specialty von... ...Rational Campaign Committee, kurz DCCC. Das ist ein entscheidendes Wahlkampforgan der demokratischen Partei. Mithilfe weiterer, täuschend echt wirkender E-Mails klauen sie die Logins von mindestens einem DCCC-Mitarbeiter. Ich find die Animation richtig toll. Ich find das eine richtig toll anschauendliche Doku, die ist richtig kurzweilig und toll anzuschauen. Aufgrund der Animation. Ich find auch die Stimme toll, die Aufmachung, die Strukturierung. Ich find die einfach toll. Und schon sind sie drin. Nach dem initialen Zugriff zu den Netzwerken benutzt Fancy Bear vor allen Dingen zwei Malware-Typen. X-Agent und X-Tunnel. X-Tunnel. Das ist die gleiche Malware, die auch auf Claudias PC gefunden wurde. Damit kann man quasi die Zielsysteme kontrollieren und Befehle an das System senden. In diesem Fall mit dem Ziel, Daten exfiltrieren zu können. Während die Hacker das DCCC ausspionieren, finden sie sehr spannende Logins. Mit denen können sie sich in die Parteizentrale der... Daten exfiltrieren klingt, so war ja noch eine Call-of-Duty-Mission. ...Demokraten einschleichen. Das Democratic National Committee. Kurz DNC. Dort finden sie zahlreiche Dokumente zur Wahlkampfstrategie der Demokraten. Zum Beispiel ein Dossier zu Trump. Voll mit Dingen, mit denen man ihm schaden könnte. Anfang Mai werden die Hacker endlich bemerkt. Weiß man, wie die... Das sind mehrere. Das sind ein Team, ne? Die von Simplicissimus aussehen? Oder sind die Unbekannten im Internet anonymen? Könnte man die mal auf der Gamescom oder auf der FIBO treffen? Anonym? Unbekannt. Komplett unbekannt. Schade. DCCC und DNC heuern eine Cybersicherheitsfirma an, um ihre Systeme zu säubern. Das wird trotz enormer Anstrengungen bis Oktober dauern. Dabei hätte man die Eindringlinge eigentlich viel früher entdecken müssen. Ein unscheinbares Büro in Moskau. Die Leute, die hier an den Rechnern sitzen, sind Hacker. Sie gehören zu Cozy Bear, einer Gruppe, die höchstwahrscheinlich dem SVR unterstellt ist. Das ist der russische Auslandsgeheimdienst. Diese Hacker sind schon seit Juni 2015 in den Systemen der Demokraten. Viel länger als Fancy Bear. Cozy Bear ist vor allen Dingen für subtilere Cyberspionage bekannt, gegen unterschiedlichste Ziele. So absurd es klingt, Cozy... Alles gut, nur subtiles Halberspionage. Ganz, alles normal, ganz locker. Cozy und Fancy Bear wussten wahrscheinlich nichts voneinander. Die haben unterschiedliche Auftraggeber, die mögen sich untereinander nicht, die reden auch nicht miteinander und deswegen ist es nicht unüblich. Oder es ist schon öfter passiert, dass sie im selben Netzwerk waren. Cozy Bear setzt in der Regel alles daran, möglichst lange unbemerkt zu bleiben. Doch in diesem Fall... Ich habe vor, du bist aber deine russische Hacker-Freunde in Merkels Rechner irgendwie. Das ist krass. Ja, Stefan, du hackst dich gerade in Merkels Rechner rein als Cozy Bear und siehst du, warte mal, was ist denn hier in den Files drin? Da siehst du, da sind ja schon sechs verschiedene Bären reingehackt in die ganze Scheiße. Ihre Arbeit beobachtet. Die Spione werden ausspioniert. Dem niederländischen Geheimdienst AIVD ist ein Geniestreich gelungen. Er hat bereits 2014 Sicherheitskameras in dem Moskauer Gebäude gehackt. Sie schauen Cozy Bear buchstäblich auf die Finger. So bemerkt der AIVD, dass die Hacker im DNC-System herumschleichen. Und deswegen konnte der niederländische Geheimdienst relativ früh auch die US-amerikanischen Partner darüber warnen, dass Cozy Bear das DNC gehackt hat. Hiervon erfährt dann auch das FBI. Und das FBI hat dann im Laufe des Jahres 2015, ich glaube im September, das erste Mal auch Kontakt zum DNC aufgenommen. Ein FBI-Agent in Washington ruft beim DNC an und erzählt den IT-Mitarbeitern dort von den russischen Hackern in ihren Systemen. Doch er stößt bittererweise auf völlig taube Ohren. Die DNC-Chefs werden später behaupten, sie hätten erst viel später von diesem Anruf erfahren. Man hätte die Hacker viel früher entlarven können. Hätte man sich um Cozy Bear gekümmert, hätte man höchstwahrscheinlich bemerkt, dass sich auch Fancy Bear Zugang verschafft hat. Man hätte nahezu alles, was im Sommer 2016 geschehen ist, verhindern können. Alter. Hat man aber nicht. Zurück im Frühling 2016. Fancy Bear erstellt eine Website. DCLeaks.com DC für Washington DC, das politische Zentrum der USA. Auf der Website lassen sie ab Juni eine Bombe nach der anderen platzen. Sie erstellen eine Fake-Persona, Gutzifer 2.0. Sie geben sich als einzelner Hacker aus Rumänien aus, der für alle Leaks verantwortlich sein soll. Gutzifer bekommt seinen eigenen Blog. Er kontaktiert die Presse und bietet Informationen an. Dieser DNC-Hack sorgt für Schlagzeilen sofort, Breaking News im Fernsehen. Hillary Clinton is about to hold a press conference, answering questions for the first time. There she is at the UN about that email controversy that's cropped up in the last week. Es wird darüber diskutiert, es kommt all dieser Schmutz, den es innerhalb der demokratischen Partei gibt, all diese Gerüchte und Intrigen, über all das wird plötzlich diskutiert, weil das plötzlich draußen ist in der Öffentlichkeit. Und das schadet natürlich massiv Hillary Clinton und der Partei im Wahlkampf. E-Mails, die zeigen sollen, dass das Democratic National Committee Hillary Clinton klar bevorzugt gegenüber Bernie Sanders, was es eigentlich nicht tun sollte. Es sind zum Beispiel Informationen darüber enthalten, was Clinton in ihren Reden zum Beispiel an der Wall Street bislang verdient hat. Es sind angeblich antikatholische Ressentiments der Partei darin enthalten. This is long from over and she has to demonstrate through action, transparency, not just through words. E-Mails, which have become something of a curse for Hillary Clinton. Trump nutzt die Situation zu seinen Gunsten. Donald Trump sagt wortwörtlich auf einer Wahlkampfveranstaltung Russia, if you listen. I hope you're able to find the 30.000 E-Mails that are missing. I think you will probably be rewarded mightily by our press. Clinton ist zu der Zeit in eine Affäre rund um ihr privates E-Mail-Postfach verwickelt. Das hat sie in ihrer Rolle als Außenministerin für offiziellen Schriftverkehr verwendet. Allerdings hat sie laut FBI parallel auch immer wieder private E-Mails aus diesem Postfach gelöscht. Daraus wurde ein Verschwörungsmythos gesponnen, sie hätte etwas zu verbergen. Diese Kontroverse verbindet Trump damals mit dem Hagel an Leaks. Am selben Tag sendet Fancy Bear 76 Spearfishing-E-Mails an Clintons Angestellte. Der Einfluss der Leaks auf Hillary Clintons Wahlkampf ist erheblich. Ob er entscheidend ist, kann ich nicht beurteilen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass die Leaks immerzu für Donald Trump günstigen Zeitpunkten ihm die Karten spielen. Wo am Anfang lediglich Chaos gestiftet werden soll, fokussiert man sich dann im Laufe der Zeit auch gezielt darauf, Donald Trump eben zu unterstützen. Gut einen Monat vor der Wahl spielen die Hacker der Plattform WikiLeaks Podestas E-Mails zu. Und da ist es so, dass Woche für Woche strategisch E-Mails geleakt werden. All diese Leaks sorgen dafür, dass der Eindruck entsteht, bei den Demokraten ist irgendwas shady. Hillary Clinton schwimmt. Sie muss sich zum einen von ihren eigentlichen Themen verabschieden und muss sich vor allen Dingen auf die Inhalte dieser Leaks konzentrieren. Sie muss sich gegenüber Medienvertretern, aber natürlich auch gegenüber Donald Trump in der öffentlichen Auseinandersetzung, zum Beispiel bei Wahlkampfreden, immer wieder dafür rechtfertigen. Die Leaks sind Teil einer... Boah, muss Wahlkampf gegen Trump kacke sein, alter Mann. Gott, Alter, ist das schrecklich. Und dann kommen noch 500 Leaks dazu. Ist das eine Scheiße. ...größeren Kampagne. Zu den Bären kommt eine Armee von Trollen, die aus diesem Gebäude in St. Petersburg heraus arbeiten. Sie beeinflussen den Diskurs zur Wahl online. Sie rufen sogar erfolgreich zu Demos in verschiedenen US-Städten auf. Hillary Clinton verliert die Wahl. Donald Trump wird Präsident. Es ist fast unmöglich zu quantifizieren, wie viel Einfluss die Leaks und Desinformationskampagnen auf dieses Ergebnis hatten und ob sie in irgendeiner Weise entscheidend waren. Aber viele Experten wie Kathleen Hall-Jameson sind sich einig, dass es einen Einfluss gab. Russland hat die US-Wahlen 2016 zumindest ein Stück weit erfolgreich beeinflusst. Donald Trump triumphiert und macht das möglich, was Experten... Das ist halt krass, dass die ganzen Leaks nur von Hillary Clinton rauskamen. Ich würde mal interessieren, wenn die jetzt komplett Trump gehackt hätten und da alles geleakt hätten. Da wäre die Kacke bestimmt richtig am Dampfen gewesen, oder? ... Journalisten und politische Beobachter für unmöglich hielten. Er wird als 45. Präsident der USA in dieses weiße Haus hier hinter mir einziehen. Es ist wahrscheinlich die erfolgreichste Hack-and-Leak-Operation aller Zeiten. Datenklauen. Groß veröffentlichen, sich an den Flammen des resultierenden Chaos die Hände wärmen. Die Spionage der Staaten untereinander, das macht die so unter sich aus. Aber das jetzt mal so der Öffentlichkeit zum Fraß vorzuwerfen und damit sehr erkennbar Einfluss auf eine Meinungsbildung und eine Wahl zu nehmen, ist schon ein krasses Ding. Wie kann das eigentlich sein? Hacker beschaffen sich Informationen und beeinflussen dann eine Wahl. Und wenn das aus Russland aus agiert, was passiert hier eigentlich? Greift hier eigentlich ein Staat in den demokratischen Prozess anderer Länder ein? Also das ist schon die große Sorge und ein Super-GAU, wenn man so will. War es jetzt ein Angriff auf die Demokratie? Ich glaube nicht, dass man das an einem einzelnen Teil sagen kann. Aber man kann das in der Gesamtentwicklung sehen. Dass der sich einfügt in eine Reihe Aktionen, die das gemeinsame Verständnis der Demokratie unterwandern und zerstören. Und in diesem Kampf im digitalen Raum sind Demokratien einfach im Nachteil. Der hat sich entschieden, diese Frisur zu rocken. Also der hat die ja nicht immer gerockt. Und da ist ja auch Arbeit drin. Ich meine, denkst du, es war schon so mit 13? Jaja, du hast dir mit 13 so eine Frisur gemacht und er sagt, er hat die behalten. Okay. Er hat die behalten. Seit 13 hat er dann die Frisur. Ja. Okay. So ein schon immer Ding. Das ist crazy. Du kannst einen Fernsehsender machen. Du kannst 100.000 Sockenpuppen auf Twitter machen. Du kannst Hack-and-Leak-Operationen machen. Und all das spielt in diese Öffentlichkeit rein, die dann darunter zerfasert, zersplittert, sich zerstreitet und die Demokratie destabilisiert. Gleichzeitig sitzt du in einer Diktatur und hast das Problem nicht. Weil sobald irgendeiner aus der Reihe tanzt, kannst du ein Exempel statuieren und das passiert so schnell nicht nochmal. Den USA dämmert erst im Nachhinein, was da eigentlich passiert ist. CIA, FBI und NSA tragen ihre gemeinsamen Erkenntnisse in einem streng geheimen Bericht zusammen. Anfang 2017 werden einige Passagen gestrichen und er wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Besonders ein Satz ist extrem beunruhigend. Wir gehen davon aus, dass Moskau Lehren aus der Kampagne gegen die US-Präsidentschaftswahl ziehen wird, um zukünftig weltweit Wahlen zu beeinflussen. Ich glaube, die Aggressivität, mit der diese russischen Hackergruppen vorgehen, die Art und Weise, was sie da tun, also in Amerika zum Beispiel Hack-and-Leak, die Präsidentschaftswahl zu beeinflussen, dass sie so weit gehen, diese Prozesse zu stören, dass man dafür alle Mittel einsetzt, eben auch Cyber, das ist etwas, was vielen nicht bewusst war. Und in Deutschland haben die sich gefragt, 2017 haben wir auch eine Wahl, was heißt das eigentlich für uns? Und dann taucht auf einmal so eine URL auf, bt-leaks.com, bt-leaks.com, bt-leaks.org. Mehrere dieser Seiten waren plötzlich da und das haben deutsche Behörden festgestellt, dass jemand solche Seiten anmeldet. Und dann war die Angst natürlich noch viel größer, da könnte was kommen und da kommt genau das Gleiche wie in den USA. Anfang Mai 2017 fliegt Angela Merkel zum ersten Mal seit dem Bundestags-Hack wieder nach Russland. Sie trifft Putin in seiner Sommerresidenz in Sochi. Dort konfrontiert sie ihn mit dem Vorfall. Putin entgegnet, dass man sich nie in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten einmische. Darauf antwortet Merkel, dass sie davon ausgehe, dass die deutschen Parteien ihren Wahlkampf untereinander ausmachen können. Deutliche Worte, dass Russland sich bitte raushalten möge. Am Ende wird die Bundestagswahl in Deutschland nicht durch große Leaks beeinflusst. Bis heute ist unklar, was mit den 16 Gigabyte aus dem Bundestag geschehen ist. Ich wüsste auch nicht eine einzige Information, die auf den Bundestag-Hack bezogen je öffentlich gemacht worden wäre. Aber das ist auch so eine Art drüber zu denken. Das sollte doch passieren. Ja, der Partei gerade ist ziemlich scheiße, oder? Ist auch. Ich glaube, es wäre auch einfach geistklang langweilig. Ich glaube, die Deutschen nichts wäre jetzt nicht so krass gewesen. Der Ruf ist doch von allen gerade im Arsch. Ich glaube, da wird auch nur langweiliger Scheiß hin und her. Also for real, for real. Ich glaube, da ist keine einzige interessante Information. Was kommt da jetzt raus, was die CDU oder die SPD krass schädigt? Die sind doch, ist doch eh alles gerade kacke, Alter. Hauptsache, man will nicht die AfD, Leute. Merkt euch das. Es gibt ja auch keine Notwendigkeit. Es kann auch sein, dass sie irgendwas Interessantes gefunden haben, das für sich verwendet haben, auf welche Art und Weise auch immer. Die Jagd aufs Garamouche geht indes weiter. Es wird noch einige Zeit dauern, bis man ihn endlich identifiziert. Einige seiner Kollegen haben da weniger Glück. Am 10. April 2018 landet eine Passagiermaschine aus Moskau am Flughafen Sripul in den Niederlanden. Unter den Passagieren befinden sich vier Russen. Sie sehen aus wie ganz gewöhnliche, reisende Geschäftsleute. Alexei Minin und Oleg Sotnikov sind in ihren 40ern. Sie sind gut drauf. Hinter ihnen laufen zwei jüngere Männer. Evgeni Serebriakov und Alexei Morinetz. Sie alle sind Diplomaten. Zumindest laut ihren Pässen. Ein gut gekleideter Mitarbeiter der russischen Botschaft empfängt sie in der Eingangshalle und geleitet sie aus dem Flughafen. In Wahrheit sind Minin, Sotnikov, Serebriakov und Morinetz Teil eines Spezialteams von Fancy Bear. Sie sind darauf trainiert, Einsätze im Ausland durchzuführen. Die ersteren sind für klassische Spionage und Aufklärungsarbeit zuständig. Die letzteren sind Hacker. Die Gruppe mietet sich einen Kleinwagen und fährt nach Den Haag. Dort schauen sie bei einem Elektronikfachhandel vorbei und kaufen eine große 12-Volt-Batterie sowie ein Batterieladegerät. Anschließend checken sie in ein Hotel ein. Am nächsten Tag macht sich Minin auf den Weg zur Zentrale der OPCW. Das ist eine internationale, unabhängige Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Die OPCW analysiert hochgefährliche Kampfstoffe und prüft, ob Staaten zum Beispiel in Kriegen gegen internationales Recht verstoßen. Die OPCW hat zu der Zeit gerade die Untersuchung einer sehr heiklen Probe abgeschlossen. Der ehemalige russische Doppelagent Skripal war im Exil in Großbritannien. Dort wurde ein schwerer Giftanschlag auf ihn und seine Tochter verübt. Die Briten vermuten, dass Russland sich so an ihm für seinen Verrat gerecht hat. Das eingesetzte Gift sei das berüchtigte Novichok aus Russland. Der Bericht der OPCW zu dem Vorfall erscheint an diesem Tag. Er wird die britischen Anschuldigungen bestätigen. Minin verschafft sich einen Überblick der Situation vor Ort. Er fotografiert das OPCW-Gebäude und das Marriott Hotel direkt nebenan. In zwei Tagen, am 13. April, wollen die Hacker zuschlagen. Die Zeit drängt. Was sie nicht ahnen, sie werden von Beginn an beobachtet. Vom niederländischen Militärgeheimdienst, dem MIVD. Dieser Mann ist eine hochrangige Führungskraft beim MIVD. Er hat sich uns nicht namentlich vorgestellt. Voraussetzung für das Interview war, dass wir ihn und... Niederlande OP, stimmt. Immer wenn es um Deutschland ging, war es verkackt. Die Belgier haben es bisher gerissen. Die Niederländer, immer so, wenn es ins Ausland geht, es klappt, da funktionieren alle Geheimdienste. Dann haben sie sofort auf der Anzeige. Aber bei uns irgendwie werden Fishing-Mails sehr ausführlich beantwortet. Oh, ich muss mein Passwort ändern. Ja, das mache ich doch. Hier ist mein Passwort. Er muss etwas grinsen, wenn er über den Mietwagen der Gruppe spricht. Wieso lacht er sich aus für den Citroën C3, hä? Seine Organisation verfolgt... Er lacht einfach. Wieso lacht er über den Citroën? Das ist doch voll in Ordnung. ...die Gruppe ab der Sekunde, in der sie Fuß auf niederländischen Boden setzt. Aber woher weiß der MIVD überhaupt, dass sie kommen? Wir sprechen mit einigen Partnern über diese Art Themen. Und in einer dieser Gespräche haben wir herausgefunden, dass wir für die GRU Hackers in dem APT28-Räumen arbeiten, Sibyryakov und Moronets. Und bei Coincidence haben wir herausgefunden, dass sie auf einem Flugzeug von Moskau zu Amsterdam waren. APT28. Also mal wieder Fancy Bär. Laut dem Guardian kam der Tipp womöglich von einem britischen Geheimdienst. Zurück zum Hacker-Team. Es ist Freitag der 13. Sie schlagen zu. Sie fahren mit ihrem Mietwagen auf den leeren Parkplatz des Marriott Hotels. Möglichst dicht an die Grenze zum Opel. Digga, ultra spannend, Alter. Wie so Mission Impossible-mäßig in Actionfilmen. Jetzt wird nicht nur gehackt. Jetzt wird hier was gemacht. Die Rückseite des Autos ist auf die Zentrale gerichtet. Im Kofferraum des Wagens befindet sich ziemlich viel Technik. Die frisch gekaufte Batterie und ein Spannungsregler versorgen einen Computer mit Strom. Dieser Computer ist mit einem Laptop vorne im Auto verbunden. Den nutzen Sibyryakov und Moronets, um den Angriff zu steuern. Dazu kommt das Herzstück der Operation. Der Computer ist über einen WiFi-USB-Stick mit einer Flachantenne verbunden. Die liegt unter einer Jacke verborgen auf der Laderaumabdeckung. Mit dieser Antenne imitieren die Hacker das echte WiFi-Netzwerk der OPCW. Geräte im Gebäude verbinden sich dann potenziell automatisch mit dem gefälschten WLAN-Netzwerk der Hacker. Im Glauben, dass es sich um eine vertrauenswürdige Verbindung handelt. Das ist ein krasser Move. Sobald sie sich verbinden, können die Hacker die Zugangsdaten der Geräte klauen. Mit diesen Zugangsdaten können sie dann in das Netzwerk der OPCW eindringen. Wahrscheinlich wollen die Hacker Daten der OPCW klauen, um die Ergebnisse des Skripal-Berichts irgendwie anzufechten. Oder vielleicht wollen sie die OPCW irgendwie anderweitig durch einen Leak diskreditieren. Doch so weit kommt es nicht. Die niederländischen Behörden schlagen zu. Spezialeinsatzkräfte fahren in zwei Autos langsam und unauf... Da ist ein richtiger Karren, Alter. Kein Citroën C3. Ohne Witz, der ganze Job hätte funktioniert, wäre es kein Citroën C3 gewesen. ...fällig auf den Parkplatz. Dann reißen sie die Türen auf und nehmen die vier Männer fest. Einer wehrt sich und versucht noch sein Handy kaputt zu treten. Ohne Erfolg. Sie finden eine Plastiktüte mit einigen leeren Bierdosen und anderem Müll aus dem Hotelzimmer der Russen. Ein Versuch, keine Spuren zu hinterlassen. Dazu kommen 20.000 Euro und 20.000 Dollar in bar. In frischen Hunderternoten. In Morinets Hosentasche findet der MIVD eine Taxi-Quittung aus Moskau. Es handelt sich um eine Fahrt von der Rückseite einiger GRU-Baracken zum Flughafen, am Tag der Einreise in die Niederlande. Im Anschluss analysieren die Einsatzkräfte die Geräte der frisch ertappten Hacker und Spione. Eines der vielen Handys, die der MIVD beschlagnahmen konnte, wurde erst am Tag vor der Abreise aktiviert. Der nächstliegende Funkturm ist quasi nebenan der GRU-Baracken. Alles ziemlich entlarvend. Doch der MIVD findet noch deutlich mehr auf den Computern der Männer. Also man stellt fest, als man diese Laptops untersucht hat, dass diese Hacker-Einheit schon an vielen Orten der Welt unterwegs war. 2016 war Serebriakov mutmaßlich in Los... Was denn für ein Scheiß? Die haben 500.000 Indizien, dass das aus Russland kommt und von der russischen Regierung beauftragt wird. Aber sie können ja nichts dagegen machen. Das ist ja voll dumm. Die können ja einem Jahr der Hacker losschicken. Sobald man was gegen Russland macht, sagen die, jo, wir kommen mit Atombomben. Was ist das für eine Scheiße? Und Subventionen bringen auch nichts. Deren Wirtschaft ist komplett alles im Arsch. Was geht eigentlich bei denen? Da greift die einfach die Ukraine an und keiner kann was gegen die machen. Was wollen die denn eigentlich? Was ist ein Kack? Das sind alles Hacker-Gruppenbeauftragte von der russischen Regierung. Wie dumm. Sann in der Schweiz. Sein Ziel dort war höchstwahrscheinlich die Welt-Anti-Doping-Agentur. Im Skandal um manipulierte Daten von Doping-Tests in einem russischen Kontrolllabor hat die WADA Russland für vier Jahre von allen sportlichen Großveranstaltungen ausgeschlossen. Im Dezember 2017 ist Serebriakow augenscheinlich nach Kuala Lumpur in Malaysia gereist. Dort soll er versucht haben, die malaysische Polizisten die Zeit zu hacken. Die hat zu der Zeit den Absturz der Maschine MH17 untersucht. Ein malaysisches Passagierflugzeug ist über dem Osten der Ukraine abgestürzt. Das Flugzeug wurde von Separatisten im Dienste Russlands mit einer russischen Bodenluftrakete abgeschossen. Und der Parkplatz vor der OPCW in Den Haag wäre auch nicht der letzte Stopp des Teams gewesen. Sie hatten Zugtickets von der niederländischen Stadt Utrecht nach Bern. Dieses Mal wäre das Ziel wohl das Spitzlabor gewesen. Das Labor hat zu der Zeit ebenfalls das bei Skripai verwendete Gift untersucht. Manchmal ist das für Hacker notwendig, möglichst nah heranzugehen. Da reicht das nicht, einfach E-Mails zu verschicken. Da muss man an die Systeme, die man hacken will, an die Netzwerke möglichst nah heran. Zum Beispiel WLAN-Netzwerke oder andere. Damit man auch weiß, welche Sicherheitssysteme da implementiert sind. Und manchmal macht es auch Sinn, weil man vielleicht an die Leute rangehen kann, die aus diesem Gebäude rein- und rauslaufen. Wir haben die Hacker die Putzkolonne genannt, weil wir den Eindruck hatten, dass die immer dann tätig werden, wenn irgendwas Wichtiges passiert ist. Und etwas ist nicht so gelaufen, wie es laufen musste. Und dann müssen die halt hinterherräumen. Ich denke, sie sind gut. Sie sind sehr gut. Aber manchmal sind wir besser. Für den MIVD war die Operation ein ziemlicher Erfolg. Normalerweise arbeiten sie im Geheimen. Aber wie sie ein Fancy-Bär-Spezialeinsatzkommando, Hops, genommen haben, erzählen sie gerne. Dieses Mal hat der Geheimdienst rund fünf Monate später eine große Pressekonferenz veranstaltet. Und sie geben sogar irgendwelchen YouTubern aus Deutschland Jahre später ein Interview. Das Fancy-Bär-Team lässt der MIVD damals gehen. Und schickt sie zurück in die Heimat. Wohl aus diplomatischen Gründen. Die Putzkolonne sah in diesem Fall ziemlich unglücklich aus. Warum in aller Welt behält man denn so eine verräterische Quittung? Das sind de facto Hacker-Soldaten. Das sind Menschen, die Beamte sind, die gehen in Russland morgens zur Arbeit. Der wollte einen 15-Euro-Taxi-Beleg absetzen, um das Geld wieder zu kriegen. Und dadurch wurden sie jetzt einfach erwischt. Und haben ihre Aufträge, die sie erfüllen sollen. Keine Kapuzen. Keine Mr. Robot-Vibes. Feste Abläufe. Feste Arbeitszeiten. Fiese Chefs. Schlechte Kaffeeautomaten. Und das Geld fürs Taxi muss man sich halt später von der Buchhaltungsabteilung zurückholen. Keine mystischen Figuren. Beamte. Russland bestreitet, dass die vier Männer Spione und Hacker waren. Sie wären einfach auf einem Routine-Trip gewesen. Wer kennt sie nicht? Die Routine-Trips mit der Flachantenne im Kofferraum. Diese etwas absurde Episode auf dem Hotelparkplatz in Den Haag macht eine Sache deutlich. Man kann Putins Bären abwehren. Das gelingt auch in Deutschland immer wieder. Die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung wurde zum Beispiel erfolglos angegriffen. Oder in Frankreich. Angriffe auf Emmanuel Macrons Wahlkampf 2017 waren ebenfalls ziemlich erfolglos. Und auch die USA haben die Sabotage ihrer Demokratie nicht einfach so über sich ergehen lassen. 2018 setzen sie ein Zeichen. Im Februar des Jahres klagt die US-Justiz 13 russische Staatsbürger und drei russische Unternehmen an. Sie alle hätten gezielt versucht, das amerikanische Polizystem zu beeinflussen. Kurze Zeit später haut die US-Justiz eine weitere Monster-Anklage raus. In der geht es spezifisch um Fancy Bear. Und in diesem Anklagepapier kann man dann nachlesen, wie die Ermittler vom FBI dazu gekommen sind. Was bringt der das? Das ist eine illegale Hackergruppe und jetzt wird hier angeklagt von den USA. Und? Was? Scheiß! Die können es halt Russland nicht mehr verlassen, ne? ...kommen sind, dass diese Leute wohl für den DNC-Hack verantwortlich sind. Und da tauchen mehrere Namen auf und das sind russische Staatsbürger. Und das FBI sagt, die arbeiten für den russischen Geheimdienst. Die Hacker sind in Russland vor dieser Anklage sicher. Sie werden nicht verhaftet. Aber sie werden große Teile der Welt nie wieder bereisen können. Wir wissen nicht nur, für wen ihr arbeitet. Wir haben sogar eure Gesichter und packen die jetzt auf dem Poster, auf dem Wanted steht. Ja, pfff. Die können doch immer noch von da so weiterhacken, wie sie wollen und weitere Hacker ausbilden. Dann schicken sie halt ein anderes Putz-Team dahin, was das macht. Es ist auf alle Fälle der Versuch zu sagen, hier sind Grenzen, bei denen wir nicht mehr bereit sind, dass ihr die überschreitet. Einer der Männer in dieser Anklageschrift ist besonders spannend für die deutschen Ermittler. Einer von denen soll den Nickname Scaramouche benutzen und soll auch das Programm VSC.exe programmiert haben. Dieser Mensch heißt Dimitri Badin. Der Mann in Merkels Rechner. Heute ist er 32 Jahre alt. Es gibt Fotos von Dimitri Badin, die auch die deutschen Ermittler haben. Der Typ ist einfach auf dem Merkel-Rechner und ändert einfach irgendwie Hintergrundbild und so. Das wäre auch so geil. Einfach so richtige Scheiße, die man damals gemacht hat. Darauf sieht man einen jungen Mann mit sehr jungen Gesicht, dunkelblond. Mal die Fortnite-Settings verstellen oder so eine Scheiße. Einfach so einen richtigen Kinder-Hack machen. Kacke. Er hat heute schulterlangen Haaren. Er stammt aus Kursk in Russland. Der hat eine Frau, er hat wohl eine Tochter. Er hat gelebt in einem Vorort einer Stadt südlich von Moskau. Ja, er hört Rockmusik, er hört russischen Rock und Techno. Das hat er wohl auch während seiner Arbeit getan. Denn die Ermittler konnten auch Daten sichern, die darauf hinweisen, dass er das eben genau während er gehackt hat, irgendwie Musik gehört hat und auch Fußballstreams geguckt hat. Er war wohl auch ein Fan von Cristiano Ronaldo, glaube ich. Irgendwie ein ganz normaler Typ. Und gleichzeitig einer, der für einen totalitären Staat hackt, um westliche Demokratien zu destabilisieren. Im Mai 2020 hat auch der deutsche Generalbundesanwalt Anklage gegen Badin erhoben. Ich glaube, das ist der erste Haftbefehl in Deutschland aufgrund von staatlichem Hacken. Nach der ersten Anklage in den USA im Februar 2018 hat Putin dem amerikanischen TV-Sender NBC ein Interview gegeben. In dem Interview wurde er mit den Anschuldigungen konfrontiert. Thirteen Russlands und drei russischen Unternehmen wurden in den USA verabschiedet, von einem spezialen Präsidenten, Robert Müller, in den USA verabschieden. Warum würden Sie eine solche Anklage auf den USA verabschieden? Warum haben Sie entschieden, dass die russischen Autoritäten, mich included, nicht jemanden zu geben, um das zu tun? Wenn die 13 russischen Nationen und drei russische Unternehmen verabschieden in den USA verabschieden, ist das okay mit dir? Putins Beeren wurden nicht gefasst. Ihnen wurde nicht das Handwerk gelegt. Leider ist das hier keine Geschichte mit einem runden Happy End. Ganz im Gegenteil. Es ist Abend in Austin, Texas. Hier ist es noch der 23. Februar. Dieser Mann ist ein ranghoher Manager bei Viasat. Das Unternehmen bietet Satelliten-Internet an. Das gilt eigentlich als besonders zuverlässig und stellt sicher, dass man auch in abgelegenen Orten eine Verbindung hat. Er will sich gerade auf die Couch legen, als seine Geräte plötzlich mit automatisierten Warnungen überflutet werden. Sie kommen aus der Ukraine. Dort werden zwei Viasat-Bodenstationen mit schädlichen Datenpaketen angegriffen. Das Internet kommt ja nicht von dem Satelliten, sondern von der Erde und diese Bodenstationen bringen das dahin. Und jetzt sind die plötzlich stark überlastet und so stark überlastet, dass sie nicht mehr das Internet bereitstellen können. Das Voodoo-Bär-Mitglied in Russland ist aber lange noch nicht fertig. Solche Angriffe kann man versuchen abzuwehren. Jetzt passiert aber direkt das nächste. Internetanbieter haben in der Regel Zugriff auf die Modems ihrer Kunden. Den Zugang brauchen sie, um zum Beispiel die Software der Geräte zu aktualisieren. Gleichzeitig sollte dieser Zugang natürlich extrem gut geschützt sein. Ist er im Fall von Viasat leider nicht. Voodoo-Bär hat sich bereits vor Monaten Zugang verschafft. Und sie geben jetzt den Modems in diesen Bereich den Befehl, eine bestimmte Software auszuführen. Und die Modems laden eine Schadsoftware runter. Okay, das ist krass, ne? Das ist ja richtig. Das ist ja noch abgefuckter, als sich in den WLAN-Router reinzuhacken und den zu ersetzen. In den scheiß Satelliten, der das Internet beauftragt, sich reinzuhacken. Da kannst du ja alles mit hacken, was damit verbunden ist. ...die auf den Modems selber im Prinzip die Zugangsdaten löscht. In Konsequenz können die sich nicht mehr mit dem Netz authentifizieren und können nicht mehr mit dem Netz reden und sind offline. Ginge das theoretisch, wenn du hier in Deutschland, nehmen wir an, du hackst Telekom oder Vodafone, dass du dann alles hacken kannst, was damit verbunden ist, wo du das Internet zur Verfügung stellst? Geht das rein theoretisch? Alle Smartphones, alle PCs? Das wäre ja richtig krank. Das wäre ja richtig. Stell dir vor, Russland hackt komplett die Telekom und jeder, der mit der Telekom Internet hat, ist gefickt. Kam schon vor? Perfekt, weiter geht's. Die Attacke weitet sich aus. Der Top-Manager in Seattle starrt auf seinen Bildschirm und kann nicht fassen, was er sieht. 30.000 Modems überall in Europa werden auf einen Schlag zu... 30.000 Modems, was ist das denn für ein Angriff? Elektromüll. In Deutschland gehen plötzlich 5.800 Windräder offline. In einem Dorf in Schweden ist das... Toll, auch mal wieder... Digga, dann brauchen wir schon irgendwie 50 Jahre, um ein paar Windräder aufzustellen und dann kommt der russische Hacker und macht die wieder aus, Alter. ...das Internet ebenfalls weg. Viasat hat außerdem einen Großkunden in der Ukraine. Das Militär. Großartig. Jetzt nächstes Nabheim-Angriffe auf Gletscher in der Arktis. ...unnen geht durch Armeegebäude überall in dem Land. Die Kommunikationskanäle werden angegriffen. Und das ausgerechnet, während sich die Berichte aus den Grenzregionen häufen. Russische Truppen und schweres Kriegsgerät überqueren in Massen die Grenze. Der Krieg, der über Wochen wie dicker Nebel in der Luft hing, ist ausgebrochen. Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Die Eskalation... Wie lange läuft der Krieg jetzt schon? Das ist doch auch so... Das ist doch auch so... Ich hab das irgendwie letztens gehört im Radio oder irgendwo. Da dachte ich mir so, holy shit, zwei Jahre ist das krass, ne? Ist das krass. Die Ukraine erleidet einen brutalen Angriff aus drei Richtungen. Raketen schlagen ein, Befehle werden gebrüllt. Und inmitten des Chaos macht sich die Angst breit, dass die Kommunikation zu Truppen einbrechen, Dashboards offline gehen und Überwachungskamera-Streams zu Schwarzbild werden könnten. Doch das ukrainische Militär war zum Glück vorbereitet. Das ist Viktor Zora, ehemaliger Chief Digital Transformation Officer der SSS-CIP. Das ist die ukrainische Cybersicherheitsbehörde. Zora wurde einige Monate nach... Geile Abkürzung, die SSSSS-S-S-S-IP. ...nach unserem Interview aufgrund des Tatverdachts der Untreue aus dem Amt entfernt. Die Behörden verdächtigen ihn und einen anderen hochrangigen Beamten, Software zu einem überhöhten Preis von zwei Unternehmen gekauft zu haben, die angeblich unter ihrer Kontrolle stehen. Seine Aussagen gegenüber uns hat er als offizieller Sprecher der SSS-CIP getätigt. Der Viasat-Hack war ein extrem effektiver Cyberangriff, der präzise mit dem Einmarsch koordiniert war. Aber für die Ukraine war ja dennoch absolut nichts Neues. Die Ukraine ist schon sehr, sehr lange im Fokus russischer Cyberangriffe, nicht erst seit der Invasion oder dem Versuch der Invasion im Jahr 2022, sondern mindestens bereits seit 2014, seit der Annexion der Krim. Russland hat 2014 versucht, die Wahlen in dem Land zu hacken. 2015 und 2016 hat Voodoo-Bär den Strom in Teilen der Ukraine jeweils für mehrere Stunden abgestellt. Zu Beginn des Krieges 2022 hat die Gruppe das erneut probiert, ist aber gescheitert. Putins Bären probieren ihre Strategien wie Wahlmanipulation oft zuerst in der Ukraine aus. Deswegen wird die Ukraine auch als das Test-Battlefield Russlands genannt. Der Krieg ist jetzt seit zwei Jahren in vollem Gange und alle Bären mischen mit. Sie greifen staatliche Systeme mit Viren an, aber auch große Unternehmen. Andere Bären spionieren und leaken erbeutete Daten, um Desinformationskampagnen in sozialen Medien zu befeuern. Doch die Ukraine verteidigt sich auch im Cyberspace augenscheinlich sehr erfolgreich. Das Land hat heute außerdem die Unterstützung zahlreicher westlicher Cybersicherheitsfirmen. Und allgemein macht man ein Kohlekraftwerk ohnehin mit einer Rakete nachhaltiger kaputt als mit einem Hack. Echte Vorteile auf dem Schlachtfeld entstehen viel eher durch Waffen- und Munitionslieferungen als durch kaputte Modems. Das wird in Zukunft ja nur noch stärker, ne? Wenn du reingehackt bist und das wird noch alles krasser. Das wird ja noch alles viel vernetzter. Das wird ja alles noch viel, viel mehr zunehmen. Meine Hue Smartlights von Philips rein später. Genau, da kann man das Licht ein- und rausmachen. Licht ausmachen, so eine Scheiße. Mit AI wird es sehr gefährlich. Ja, das kann krass werden. Wie eh und je eine enorme Bedrohung. Einem Kollegen Harkans wurden vor einiger Zeit interne Dokumente der russischen Firma NTC Vulkan zugespielt. Dieses Unternehmen beliefert russische Geheimdienste und das Militär mit diversen Cyberwaffen. Die Vulkan-Files geben erschreckende Einblicke, an was diese Kunden des Konzerns so arbeiten. Anscheinend beschäftigen sie sich zum Beispiel damit, wie man eigentlich in Gebieten vorgeht, sobald man sie erobert hat. Das sieht dann so aus. Hey, unser Ziel ist es, den Willen eines Volkes zu brechen, das ist jetzt meine Wortwahl, und dafür haben wir verschiedene Mittel und Wege. Wenn wir ein Gebiet besetzen, wenn wir es können, zum Beispiel auf der Krim, dann wollen wir, dass die Bevölkerung dort nicht mehr selber entscheiden kann, welche Nachrichten sie aufrufen, sondern nur noch russische Nachrichten bekommen. Abseits davon wird getestet, wie sehr man kritische Infrastruktur unter die eigene Kontrolle bringen kann. Also die testen einfach, ob sie Züge verlangsamen können. Und wer sie verlangsamen kann, kann sie auch beschleunigen. Eins ist sicher, wir werden auch in den kommenden Jahren immer wieder von den Bären hören. Hoffentlich gelingt es, ihre Köder recht... Glaubst du, die können DB-Netz fixen aus Russland? Dass die Züge pünktlich kommen? Das könnte klappen, die beschleunigen das so ein bisschen, ne? ... zeitig zu erkennen und die Türen unserer Demokratien sicher vor ihnen zu verschließen. Denn sobald sie einmal drin sind, endet es meist böse. Sehr, 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 sehr geile Dokus. Eine der geilsten Dokus, die ich je geschaut habe. Unglaublich geil. Alles geil. Aufbau, Strukturierung, Animation, Stimme. Alles. Alles. Alles.